Hallo zusammen, ich bin Emir und ich bin im ersten Lehrjahr hier in der FISPELS Kaufmann. Heute zeige ich euch einen Arbeitstag von mir. Kommen doch mit! Ich habe am Empfang gestartet. Dort durfte ich viel telefonieren, Post verteilen und auch Kunden und Lieferanten in Empfang nehmen. Der Empfang ist eine super Abteilung zu gestalten, weil man den Betrieb und die Mitarbeiter besser kennenlernen kann. Momentan bin ich in der Abteilung eingekauft. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören Auftragsbestätigungen bearbeiten, Bestellungen auflösen und Liefertermine überwachen. Ich finde es super, dass ich in dieser Abteilung schon sehr früh auf der Selbstständigung arbeite. Was mir besonders an meiner Lehrerin gefällt, ist, dass man die Abteilungen oft wechseln und ich so einen sehr guten Eindruck in die anderen Abteilungen bekomme. Meine nächsten Abteilungen werden Buchhaltung, Personal und Verkauf. Ich hoffe, du hattest einen guten Einblick erhalten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bis bald!